So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play True Zelda Kings 3 und herzlich willkommen zurück zum nächsten Akt unseres Krieges gegen die Schotten. Ist ja fast schon das Standardprogramm hier geworden, dass wir uns mit den Schotten irgendwie in den Haaren haben. So, wir werden mal hier wieder die Soldaten ausheben, die wir noch in der Hinterhand haben. Sind zwar nicht viele, aber wir nehmen hier alles mit und ich sehe, unsere Verbündeten sammeln sich hier wieder alle. Vielleicht haben wir hier nochmal eine gute Chance, die Schotten jetzt zurückzuschlagen. Aha, er sucht auch schon die Konfrontation hier. Jetzt wird hier vermöbelt werden. Oh, die machen sich jetzt ganz schnell aus dem Staub. Ja, ja, hier kommt nicht mehr weg. So, und Markus wird gesellig, sehr schön. Und jetzt werden die Schotten hier verkloppt. Noch sieht es nicht so gut aus für uns, aber jetzt gleich kommen unsere Verbündeten und jetzt haben wir auf jeden Fall die deutliche Übermacht, was das angeht. Aber nein, was ist das denn hier schon wieder? Ach, ich hasse es. Ja, wir können hier echt keine Truppen mal irgendwie alleine loslaufen lassen, ohne dass wir da gleich ein paar auf die Nase kriegen. Aber, oh, wir haben den König gefangen genommen. Ne, den Neffen vom König haben wir gefangen genommen. Auch wenn wir jetzt hier die Belagerung verloren haben, weil wir da hinten rum irgendwie die Truppen noch ankamen. Wir haben den König, bzw. den Neffen. Wir erzwingen unsere Forderung. Und jetzt schaut euch das mal an, wie gigantisch Island jetzt ist. Mit Schottland hier am Start, mit Irland. Das ist schon ein verdammt schöner Anblick. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Königreich von Alba. Ja, reicht das vielleicht sogar, um den Titel Kaiserreich Britannien schon zu schaffen? Ne, wir möchten 65 Grafschaften, wir haben 59 aktuell. Okay, sechs Grafschaften. Sobald also quasi Ostanglien an uns fällt, könnten wir das Kaiserreich Britannien tatsächlich gründen. Ist halt dann die Frage, ob das Sinn macht, das zu tun. Und dafür das Kaiserreich Island aufzulösen. Wahrscheinlich eher nicht. Was ich tatsächlich cool fände, wenn ich statt Kaiserreich Island das Kaiserreich Skandinavien gründen könnte. Dafür müsste ich aber meinen Haupttitel dann irgendwie auflösen oder sowas. Und das geht natürlich nicht. Wobei Skandinavien, gut, dann möchte ich natürlich ein bisschen was erobern. Also ich finde es cool, wenn alles unter dem Titel Kaiserreich Skandinavien laufen wird und nicht Kaiserreich Island. Das kann die Nage ist auch noch irgendwie so ein schöner, schönerer Sammelbegriff, muss ich sagen. Aber egal, wir haben die Schotten erobert. Und natürlich eine relativ schlechte Volksmannung wegen des Angriffskriegs und wir haben vor allem in Schottlern mit Sicherheit bald ganz viel Stress. Deswegen, ich würde gleich schon mal hier meinen Kollegen Rats, wie heißt er, Verwalter losschicken, um hier die Kulturen zu fördern. Denn wir sehen hier, wir haben hier ganz viele wild gemischte Kulturen. War das schon vorher unseres hier unten? Ist das jetzt auch uns zugefallen deswegen? Oder war das vorher, das war doch nicht vorher schon unseres, oder? Na, da muss ich einfach mal schauen, dass wir das hier in den Griff kriegen. Also England wird eine sehr heiße Nummer werden. Auf jeden Fall. Wir werden jetzt hier mal schauen, was hier so an Kulturen rumrennt. Nordisch haben wir hier unten. Walisisch, Angelsächsisch und der Hauptteil ist Gälisch tatsächlich. Von der Religion her ist es hier unten nordchristig und hier oben katholisch. Das heißt, wir werden hauptsächlich gelisch-katholische Populisten haben und vielleicht ein paar angelsächsische. Das heißt, wir werden zuerst mal die angelsächsische Kultur hier oben in Northumberland vertreiben, sage ich mal. Damit wir schon mal keine angelsächsischen Populisten mehr haben. Und da müssen wir jetzt mal schauen. Wahrscheinlich haben wir trotzdem jetzt überall natürlich noch katholische Herrscher drin. Das wird jetzt spannend. Dann werden wir gleich mal hier über die Bekehrung anfragen. Da werden wir gleich mal nach Häusern. Man kann es auch mal nach Häusern sortieren, oder? Herzogtümer, Häuser. Gut, das hat natürlich mal gar nichts gebracht. Grafschaften. Ach komm, lass mal einfach sein. Ich klicke mich hier so durch und bekehre die Leute. Sieht sogar ziemlich gut aus, die Erde zu bekehren, muss ich sagen. Den haben wir schon verlangt. Hier haben wir noch einer. Aber hier sieht es nicht so gut aus. Bei Ihnen haben wir sogar ein Druckmittel. Der wird auf jeden Fall bekehrt. Hier haben wir noch einen, den wir bekehren können. Aber hier hatten wir schon versucht. Bei Ihnen haben wir es noch nicht versucht. Hier haben wir auch noch jemanden. Da müssen wir zumindest nicht alles noch manuell bekehren. Wenn wir die alle vom Nordchristentum überzeugt kriegen, dann bekehren die ihren Kram selbstständig. So, perfekt. Hier vielleicht noch. Da haben wir schon angefragt. Ihn haben wir auch schon angefragt. Er hat nicht so die hohe Wahrscheinlichkeit, ihn hier vielleicht. Da haben wir es noch nicht getan. Lennox haben wir schon gehabt. Ihn können wir noch fragen. Das hat natürlich einige, die wir jetzt hier bekehren müssen. Das gehört auch alles mit zu Schottland dazu. North Reading gehört ja mit zu Schottland dazu. Naja, da haben wir jetzt noch ein bisschen was zu tun, bis die alle bekehrt sind. Da fehlt noch, muss ich sagen, so eine Ansicht, wo ich dann wirklich von allen sehe. Wobei, ich kann es gleich in einem Basalm-View. Wobei, nee, kann ich nicht sein, ich meine, was sein. So, Priesen sei Gott oder so. Na, er kommt hier für ein Druckmittel. Das ist in Ordnung. So, haben wir jetzt alle durch. Das fände ich klasse, wenn das so wäre. Da sind noch so ein paar Gefangene, die ausgelöst werden müssten. Da schauen wir gerade mal rein. Niemand, der Geld wert wäre. Aber er wäre tatsächlich ein ganz guter Soldat. So, jetzt könnten wir mal schauen, hier bei seinen Vasallen. Nordchristlich, 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 nordchristlich. Sie ist nicht nordchristlich. Verlangen wir das nochmal. Er ist nordchristlich, sie ist nordchristlich. Okay, also seine Vasallen sind alle nordchristlich. Hier ist noch einer, der nicht nordchristlich ist. Ich werde jetzt kurz bei seinen Vasallen überall unten mit noch reingucken, damit wir die alle bekehrt kriegen. Es sind natürlich enorm viele Leute, die wir jetzt bekehren müssen. Hier ist noch einer, der nicht bekehrt. Der ist auch noch nicht bekehrt. So, dann haben wir hier, ihn hier als Vasallen. Nordchristlich, ja, er muss man auch bekehren. Ihn hier auch. Seine Vasallen sind fast alle nordchristlich. Siehe hier, fünf Vasallen, nordchristlich, 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 nordchristlich. So, jetzt müssten wir bei ihm noch in die Vasallen schauen. Die sind aber beide nordchristlich. Dann haben wir ihn hier. Er hat keine Vasallen. Er hat auch keine Vasallen. Gut, hier unten werden wir wahrscheinlich keine. Doch, hier sind noch Vasallen drin. Ihn müssen wir noch bekehren. Müssen wir sie. Sie müssen wir auch bekehren. Gott, sind das viele. Er hat keine Vasallen. Da müssten wir jetzt alle haben. Ich könnte jetzt gleich wieder ganz viele Dialoge wegklicken. Ja, gepriesen sei Gott, finde ich auch. So. Die gute Dame, die nicht konvertieren wollte, haben wir jetzt im Kerker. 50 Gold oder ein Druckmittel. Wir nehmen, können die Bekehrungen nicht. Sie will Freiheit, sie zu über zu kommentieren. Das ist religiöser Allfahrer natürlich. Dann bleibt sie halt einfach ein paar Tage im Kerker drinnen. Ist nicht so schlimm. So, wir können hier ein bisschen Anspannung abbauen. Das ist sehr schön. Und dann warten wir mal ab, wann die ersten Fraktionen sicher auftun werden in England. Das kann eigentlich nicht lange dauern. Und dann wird der König eigentlich noch Ansprüche. Folgeansprüche auf die Bretagne. Wer ist denn der Herrscher der Bretagne? So, sein Großvater. Das fällt dann aber an ihn. So, denn wir beseitigen ihn vielleicht. Egal, wir lassen das mal bleiben. So, wir können hier noch Leute aus dem Kerker verkaufen. Das machen wir auch. Hat sich die junge Dame ja schon überlegt, für ein Druckmittel zu gehen? Nein, noch nicht. Aber ist sie jetzt bekehrt? Dann kann sie sich gerne freikaufen. Gar kein Problem. So, wir haben ein verfügbares Dynastievermächtnis. Das ist sehr schön. 45 sind wir auch mittlerweile schon alt. Unsere Frau sitzt im Kerker. Bei ihm hier. Kann ich ihn hier. Kann ich meine Frau nicht wieder auslösen? Gäste. Scheinbar kann ich das nicht. Ich kann sie aber auch nicht wasalieren. Natürlich cool, wenn ich sie wasalieren könnte. Aber das brauchen wir ja gar nicht. Durch die Vererbung wird es sowieso unser Land werden. So, wir gehen jetzt mal ins Dynastievermächtnis wieder rein. Nein, wir können jetzt hier die ererbten Taktiken als nächstes mal reinhauen. Kriegsvolkskontro effektiviert plus 15 Prozent. Vorteil für Ritter plus 5. Das werden wir auf jeden Fall machen. Auch wenn es uns ganz viel Bekanntheit kostet. Aber was soll's. Verschafft uns wieder einen ordentlichen Vorteil in der Schlacht. Besser geht's doch gar nicht. So, in Sigtuna bauen wir unsere Burg aktuell aus. Das wird auch noch im Weichen dauern, denke ich. Und bevor wir jetzt den nächsten Krieg demnächst wieder anstarten, werden wir erstmal warten, bis sich die Meinung wieder ein bisschen verbessert hat wegen Angriffskrieg. Wir werden hier ein bisschen mit der Gräfin mal quatschen. Ja, und wenn ich mir so die Karte anschaue, dann sind die nächsten Ziele ja nicht relativ klar. Wir müssen hier das Lapland uns wiederholen. Wir haben einen weiteren Enkel bekommen. Wir nennen ihn Frodi. Ja, wobei ich denke, wir müssen das Lapland zurückbekommen. Werden wir uns anschließend dann hier an den Dänen rächen. Und uns hier unser Land wiederholen. Und dann knöpfen wir uns vielleicht endlich mal das Smallland vor. Oder wir nehmen noch mehr Rachein-Illand hier und holen uns den Teil von Dänemark auch noch. Auf jeden Fall müssen wir jetzt in den Ländereien, die wir hier kontrollieren, auf jeden Fall die guten Flecken mal rauskriegen. Sprich, Lapland, Illand, Smallland müssen weg. Genauso wie hier unten Essex und Kent weg müssen. Plus das Ding hier oben, Dunholm. Und die Britannia hier unten. Ah, gelisch-katholische Populisten, da sind sie schon. Ah, da werden sich jetzt ein paar anschließen wahrscheinlich hier oben. Das wird noch spannend werden, die unter Kontrolle zu halten. Mach wir uns nichts vor, da werden wir viele Jahre Spaß mit haben. So, ein Gunnar kann heiraten. Da suchen wir jetzt jemanden mit möglichst guten Traits mal raus. Jetzt, wie hat er überhaupt schon 20 Jahre alt? Ist ein Genie. Und da könnten wir dann hier die gute Dame mit reinnehmen, die schon mal hübsch ist zumindest. Da hätten wir, denke ich, wir schon. Ja, und hier unsere Tochter auf dem Thron. Und obwohl, ja, der König von Schottland ziemlich blöd ist, ist das Kind dennoch ganz clever geworden. So wünscht man sich das auch. Oh, dann hat er sogar ein Bündnis dadurch bekommen, mit irgendwem. Ah, 900 Mann, okay. Ich würde gerne mal eine Frau aus dem Gefängnis freikaufen, aber ich kann es scheinbar leider nicht. Geschenke schicken. Ich habe hier keine Möglichkeit, sie freizukaufen, wie es so aussieht. Sehr schade. Aber es könnte schlimmer sein. Listen sind noch nicht stark genug. Das ist gut. Ja, ein Großen und Ganzen würde ich sagen, läuft es doch ganz gut. Können noch Titel schaffen und so ein Kram. Das werden wir aber nicht machen fürs Erste. Können Falki hier zu einem Gerichtskampf auffordern. Ja, das lassen wir aber bleiben. Traurte man nicht. Und mich wundert, dass in die Fraktionen der geldischen Populisten sonst keiner mit eingestiegen ist bisher. Ich hätte jetzt erwartet, dass da gleich großer Anrang herrscht. Aber scheinbar ist das nicht so. Gut, mir soll es recht sein. Ich will mich nicht beschweren, dass es ruhig ist. 33 Bildungspunkte haben wir. Unser Sohn mittlerweile 21. Schon ganz solide, würde ich sagen. Auch mit den Haustruppen kommen wir gut durch. 11 Jahre dauert das noch. Und dann geht es bald schon ins Hochmittelalter. So, in Sigtuna haben wir das Donjon gebaut. Da haben wir Gutsherrschaft, um das hier zu bauen natürlich. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil die habe ich nicht erforscht. Da gehen wir nach das Nächste drauf. Aber wir können damit unsere Kernburger ausbauen. 2% Schaden für Burgenschützen. Ja, das ist nicht schlecht. Kaiservolki und ich, wer ist denn das hier überhaupt? Fürst Falki. Warum sollte ich das machen? Das lassen wir mal schön bleiben. So, aber was ich gerade sagen wollte, unsere Hauptstadt wäre natürlich dann auch ziemlich schwer ein. In Beifestungsstufe 7 und einer Garnisierung von über 1000 Mann. Da haben wir auf jeden Fall eine gute Hauptstadt auf der Haben-Seite stehen. Und ich überlege gerade, wir haben ja auch die Option immer noch, da wir Tugendheld sind, einen Religionskrieg zu starten. Ich habe gerade überlegt, ob es dafür vielleicht ein Ziel gäbe, was sinnvoll wäre. Ich hatte da so spontan an Westfranken gedacht, ohne jetzt die Größen wahnsinnig erscheinen zu wollen. Natürlich ein Religionskönigreich, um Religionskrieg zu machen, muss es auch ein großes Königreich sein. Von daher sehe ich da schon Westfranken eigentlich oder natürlich Lothringen. Können sogar versuchen, die zu vasalieren. Bei Lothringen würde es nicht gehen. Schade. Können wir das Smallland vielleicht vasalieren? Auch nicht. Ich glaube, die Idee hatte ich schon mal. Aber bei Lothringen ist natürlich noch ein Stück schwächer. Wir sind ja erst knappe 40, würde ich sagen, oder? Oh, 46 schon, okay. Wir sind doch ein bisschen älter, als ich dachte. Vielleicht starten wir hier irgendwie noch mal einen Religionskrieg oder sowas. Auch gegen die Britannien könnte man das natürlich auch machen. Religionskrieg gegen die Britannien, auch wenn die mit Pommern verbündet sind. Hätten aber sicherlich dann, na wie viele Festmädler sind das denn hier? Hätten aber sicherlich dann hier einen guten Stand, um vielleicht gegen Westfranken irgendwann mal in den Krieg zu ziehen. Aber wir warten erst mal ab, wie es hier mit Schottland wird. Und ob wir hier zu große Unruhen reinkriegen, oder ob das sich in Grenzen hält. Wir haben in der Vergangenheit schon festgestellt, zu schnell expandieren lohnt sich nicht. Geht meist nach hinten los. Auch, was ich gerade so sehe, sehr spannend. Wir sind fast im Jahr 1100 angekommen. Also wir sind jetzt schon in 1099, bald ist es die 1100. So, wir können die Kontrolle nicht mehr weiter erhöhen. Wahrscheinlich sagen wir da irgendwie Theater. Ne, tatsächlich nicht. Machen wir jetzt hier in Helsingland noch mal weiter. Dass wir vor allem hier unsere Kernregion stabil haben. So, eine gefährliche Fraktion gegen uns. Und das sind natürlich nicht die Populisten, sondern das ist ein Bauernpöbel. von Södermann-Land. Ja, das Södermann-Land. Da hatten wir doch schon mal Ärger mit. Aber das ist ja grün. Aber die hier hinten sind nicht grün. Ja, da machen wir erst da die Kontrolle. Dann halt erst da hinten. So, unsere Partnerin 47. Was dran gehen könnte, bald vielleicht Island zufallen. Das wäre natürlich sehr cool. Wir haben einen neuen Ratskanzler. Da setzen wir ihn hier ein. Das ist die beste Wahl, die wir haben. Es gibt ein weiteres Kind. Wir nennen es... Boah, wie nennen wir es denn? Olaf. Ganz klischeehaft Olaf. Ja, so unser Erbe ist definitiv, die fleißige Kinder in die Welt zu setzen. Kann man nicht anders sagen. So, er bekommt hier einen... Was machen wir hier? Verwaltung, Bildung. Natürlich rauf lustig. Kriegsführung. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt einen Punkt auf Kriegsführung brauchen. Gut, Aufgebote sind natürlich dann ganz gut. Wenn wir selbst befähigen, ja, versuchen wir das mal hier. Mit dem Rhino. Wir gehen mal ein Wagnis ein. Geben dem Rhino einen Schwerpunkt auf Kriegsführung. Und wenn wir dann irgendwann mit dem Rhino an der Macht sind, dann werden wir einfach mal das Risiko gehen, denke ich. und werden unsere Schlachten selbst schlagen, beziehungsweise unsere Soldaten selbst anführen. Das könnten wir mal ausprobieren. Ich halte die Idee nicht für ganz verkehrt. So, Jermat möchte mich mal wieder ermorden. Ist auch mittlerweile nichts ganz Neues mehr. Werden in den Krieg gerufen. Gegen, worum geht es denn hier? Erneuter Dschihad. Okay, muslimische Glaube können jetzt Dschihad verwenden. Und es geht hier um diese Länderei. Was zur Hölle, was... Ach so, dass unser Verbündeter den wir durch die Hochzeiten bekommen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, offensichtlich müssen wir da wohl mitkämpfen. Machen wir es einfach und heben lokale Armeen aus. Oh, das ist aber viele, wenn da schon geteilt wird. Okay, wir sind scheinbar... Alter, ich wollte doch nur lokale Armeen haben. Habe ich mich jetzt verdrückt, oder was? Kann doch nicht sein. Ich hätte doch was die volle Mannstärke hier ausgehoben. Ich habe doch gesagt, lokale Armeen. 8000 Mal die lokale Aufrufe. Hä, gibt es doch gar nicht. Wenn ich mal einen Punkt nach hier unten lege. 8000 Mal die lokale Aufrufe. Das... Das verstehe ich nicht. Das ist ja meine gesamten... Na, ist mir auch egal. Muss ich nicht verstehen. Wir lassen es einfach so. So, Markus ist erwachsen geworden. Wir suchen ihm eine Partnerin mit schönen Traits. Wobei er ist ein Genie. Sie ist fruchtbar. Wir verheiraten die beiden. Auf dass es viele Kinder gibt. Das kann, denke ich, nicht schaden. Und wir können dann natürlich... Nehmen Rino auch Frodi jetzt unterrichten. Das ist kränklich, der Gute. Sieht es hier unten aus. 3000 Mann. Ohne uns kriegen die schon auch von Mütze. 6000 Mann? Was ist denn das für ein Krieg hier? Wir verteidigen mit 12.000 Truppen. Also selbst mit meiner immensen Stärke ist es ja eine völlig aussichtslose. Ja, das byzantinische Kaiser. Ach, das ist das für ein blöder Verbündeter, der sich mit dem byzantinischen Kaiserreich kloppt. Das kann aber vergessen, dass ich ihm da helfe. Sind die eigentlich nordchristlich hier? Tatsache, die sind nordchristlich. Cool. Was heißt cool, dann heißt natürlich, dass wir keinen Glaubenskrieg gegen die anzetteln können. Sieht es hier mit der Volksmeinung des Angriffskriegs aus. Minus 18 immer noch. Wir lassen das Spiel mal einfach ein bisschen laufen. Der Bauernpöbel beginnt einen Krieg. Das Mordkombloch wurde aufgehoben und wir schauen jetzt mal, wo der Bauernpöbel pöbelt. Hier unten sind ein paar und hier sind ein paar. Wir werden unseren Sammelpunkt hier rüber verlegen. Heben unser Kriegsvolk aus. Die Schiffen schon ein, die wollen schon weg, dann marschieren wir die hoch. Wenn die sich dann nicht gleich treffen, dann können wir sie schön in Empfang nehmen. Wir gehen auf den Gläubig-Teil noch mit drauf. Gucken, das war ja alles vollkriegen. Vielleicht, das wäre sehr cool. Und dann werden wir vielleicht noch einen Religionskrieg starten können. So, das nächste Enkelkind. Oh, Genie und hübsch. Sehr schön. Eine Enkelin. Sophia, nennen wir sie. Jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir eine sehr schöne Enkelin. Und unser Enkel kommt auch mit intelligenten und robusten. Jetzt ist die Frage, wollen wir es riskieren? Wollen wir es riskieren? Und hier Inzucht betreiben? Natürlich ein ganzes Haufen schöner Traits. Wir warten mit der Entscheidung mal noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Inzucht, ja oder nein? So, erster Start haben wir gewonnen. Das zweite wird auch nicht mehr lange dauern. Da sind wir schon. Perfekt. Krieg vorbei. So wünscht man sich das. Tropenblöser wieder auf. Und dann soll es das für diese Folge auch wieder gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wart. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir auf die Begegnung in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Aktivität Glocke. Und in dem Sinn sage ich Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Euer Parlamon vom Team React.